Hallo Leute und willkommen auf meinem neuen Kanal Smartphone Live. Ich bin Anton, bin Elektrotechniker Meister und beschäftige mich sehr gerne mit Smartphone-Technik, insbesondere mit KNX-Technik. Wir haben vor drei Jahren in Eigenleistung gebaut und viel KNX-Technik bzw. Smartphone-Technik verbaut. Dazu haben wir auch einen Baublog, die Sie Wofens. Daher kennt vielleicht einer oder andere mich schon. Jetzt wollen wir das bisschen aufteilen, dass die Technik in einem separaten Kanal ist und das Baublog an sich selber da bei Sie Wofens bleibt. In diesem Kanal werde ich mich dann hauptsächlich mit der Technik beschäftigen, mit KNX-Technik, mit Videoüberwachung und alles was mit Smartphone-Technik zu tun hat. Vielleicht auch mit Funk-Technik und und und. Also alles was rund um Smartphone. Ich wünsche euch dann viel Spaß auf meinem Kanal. Tschö.